In diesem Video teste ich den Nussriegel von Foodlose in der Sorte Spekulatius. Die Bestandteile des Riegels sind geröstete Mandeln, Walnüsse, Sonnenblumenkerne sowie getrocknete Rosinen und Aprikosen und eine Gewürzmischung aus gemahlenen Zimtrinden, Nelken, Kardamom, Makis und Zitronenzeste. Die Mandeln sind von der Konsistenz und der Frische richtig gut, sie haben eine sehr knackige Struktur. Fallweise ist es eine Kombination aus weich und knackig eben durch die Früchte in Kombination mit den Nüssen. Obwohl doch relativ viel von den getrockneten Früchten enthalten ist, ist der gesamte Riegel überhaupt nicht so süß. Der Spekulatiusgeschmack kommt hier voll durch, er ist intensiv, würzig und dennoch richtig angenehm zu essen. Die Kombination mit den Nüssen und den Früchten passt hier wirklich perfekt. Wer diese Sorte noch nicht Kale und Spekulatius liebt, dem kann ich den Riegel nur wärmstensweit empfehlen. Das ist eine Kombination mit den Nüssen und den Früchten. Wenn das im Nüssen und den Früchten passt hier auf den Nüssen und den Früchten befindet, wird nicht so süß. Und das ist eine unterschiedliche Ausgabe.